Als nächstes Karin Doppelbauer von den Neos am Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, Hohes Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Bevor ich jetzt mit meiner Rede beginne, möchte ich doch noch ganz kurz auf meinen Vorredner eingehen. Zum Thema Abschaffung kalter Progression. Sie haben gerade gesagt, Sie schauen sich das an. Wir finden das gerade jetzt umgesetzt. Wenn Sie im letzten Budgetausschuss waren, haben Sie den Herrn Professor Felderer gehört. Er sagt, das ist unehrlich und das finden wir auch. Und das ist nichts, was warten muss bis 2020, 2021. Das könnten Sie jetzt noch vor dem Sommer beschließen und damit wirklich etwas tun, was den Menschen was bringen wird. Sehr geehrter Herr Bundesminister, nur ganz zum Beginn meiner Rede. Ich möchte vorab sagen, dass die Kritik, die ich jetzt äußern werde, natürlich nicht Ihnen persönlich gilt. Sie sind ja erst seit ein paar Monaten auch im Amt. Worum geht es heute? Wir haben diese Anfrage gestellt zum Thema Kapitalertragsteuer. Wir haben gehört, es ist erhöht worden mit 1. Jänner 2016 um 2,5 Prozent. Und warum ist das passiert? Es ging darum, dass man sich versprochen hat, 350 Millionen mehr einzunehmen, um damit die Steuerreform gegenzufinanzieren. Wir Neos haben sich damals auch durchgerechnet und wir sind zu sehr anderen Ergebnissen gekommen. Das haben wir auch kommuniziert. Aber wir haben naturgemäß nicht den gleichen Zugriff auf die Daten wie die Regierung. Und dennoch, uns sind diese Zahlen damals auch schon spanisch vorgekommen, wie man so schön sagt. Und was sind jetzt die Ergebnisse? Wir haben leider recht behalten. Bei der Besteuerung von den Dividenden haben wir einen Rückgang von Steuernahmen von 1,4 Milliarden Euro. Bei den sonstigen Kapitalerträgen ist es ungefähr gleich geblieben, hat sich nicht wirklich was getan. Und bei der Besteuerung der Kursgewinne, was einen Rückgang von 125 Millionen Euro haben wir gesehen. Ich darf noch einmal in Erinnerung rufen. Einnahmenseitig waren Mehreinnahmen von 350 Millionen Euro geplant. 1,4 Milliarden Euro wurden nach der Kesterhöhung weniger eingenommen. Jetzt kann man natürlich sagen, Vorzieheffekte. Ja, klar, das ist richtig. Die hat es sicher gegeben. Das ist sicher ein valides Argument, aber sicher nicht von 1,4 Milliarden Euro. Und der Herr Bundesminister hat schon gesagt, Gesamtzinsverringerung, absolut. Das ist auch ein sehr valides Argument und das stimmt natürlich. Aber man kann ja auch ein bisschen in die Zukunft planen. Und ich muss schon sagen, bei allem Respekt, man hätte das auch vorher wissen können. Also hier mit diesen 350 Millionen reinzugehen, ist schon etwas, was absehbar war, dass es so einfach nicht passieren wird. Und warum? Warum ist das passiert? Rechnen unsere Beamten schlecht? Haben sie da einen schlechten Job gemacht? Oder versucht hier, oder hat die alte Bundesregierung hier versucht, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern ein bisschen beruhigenden Sand in die Augen zu streuen? Und wir glauben, dass genau das passiert ist. Wir glauben, unsere Beamten können durchaus rechnen. Zusammenfassend, die geplanten Einnahmen sind nicht gekommen oder sehr, sehr viele sind nicht gekommen in diesem Fall. Und die Ausgaben, das sehen wir auch sehr oft, sind bei ganz vielen Projekten höher als geplant. Ein Beispiel, wir haben das auch gestern schon besprochen, Abschaffung des Pflegeregresses. Was passiert da? Man hat gesagt, im Wahlkampf ein Zucker, 100 Millionen Euro wird es kosten. Heute wissen wir immer noch nicht, wie viel es wirklich kosten wird. Wir rechnen mit 5 bis 700 Millionen Euro. Also 5 bis 7 mal so hoch. Das heißt, was lernen wir daraus und was ist der Anspruch, was ist unser Anspruch an die neue Bundesregierung? Nämlich, dass das neue Budget, das Doppelbudget, das wir ja bald zur Vorlage bekommen werden, dass es transparent ist und dass es realistisch ist. Wie gesagt, die Kritik betrifft jetzt nicht Sie persönlich, Herr Bundesminister, aber ich würde Ihnen gerne hier unsere Zusammenarbeit anbieten in einem guten Austausch zwischen Regierung, Parlament auf Augenhöhe. Und denn am Ende des Tages wollen wir ja alle das Gleiche, nämlich, dass wir diese Überraschungen den Steuerzahlerinnen und den Steuerzahlern in Zukunft nicht mehr zumuten werden. Und unser Fazit zur Erhöhung der Kapitalsteuer, wir hätten uns das schlicht und einfach sparen können. Herzlichen Dank. Die geplanten zusätzlichen Einnahmen durch die Erhöhung der CAST blieben aus, sagt Karin Doppelbauer von den Neos. Vom neuen Budget erwarten sich die Neos Transparenz und Realismus. Die E-E-T-G-G-N-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-